Willkommen zu einer nächsten Einheit der Vorlesung Grundlagen sozialer Arbeit an der Fachschule Potsdam. Wir kommen heute zum Thema Diversity in der sozialen Arbeit. Das ist der erste Block, nämlich Bedeutungen von Diversity, Theorien, Geschichte. Wir haben verschiedene Inhalte, wieder Prämissen, dann zweitens historische Entwicklung von Diversity in der sozialen Arbeit, drittens Bedeutung von Diversity in der sozialen Arbeit und theoretische Grundlagen. Hier wird es um verschiedene Diversity-Konzepte gehen. Dann kommen wir wieder zur Reflexion des Gehörten. Ich komme zu den Prämissen. Soziale Arbeit bedeutet Arbeit mit und für Menschen, die durch ihre Verschiedenheit, das ist die Übersetzung von Diversity und Gleichheit, also Menschen zu sein, charakterisiert sind. Die Verschiedenheit bezieht sich darauf, dass kein Mensch dem anderen gleicht. In Bezug auf Diversitätskategorien oder Diversity-Kategorien wird die Verschiedenheit relevant, wenn es darum geht, dass die einen aufgrund ihres So-Seins Privilegien haben, während die anderen soziale Benachteiligung und oder Diskriminierung erfahren. Intention der sozialen Arbeit ist es, für die gleichen Rechte und Chancen für Menschen in ihrer Verschiedenheit und damit für die plurale Gesellschaft im Kontext des Referenzrahmens einzutreten. Der Referenzrahmen, damit meine ich das Grundgesetz oder die UN-Menschenrechtscharta. Ideologien und Extremismen, die sich dagegen verhalten, also gegen diesen Referenzrahmen verhalten, entsprechen nicht dieser Intention. Ich komme zum historischen Teil ganz kurz mit der Grundlage, dass nichts geschichtslos ist und es auch eine historische Entwicklung von Diversity in der sozialen Arbeit gibt. Ich erinnere an die sogenannte Ausländerpädagogik in den 1970er Jahren, wo es um die Gastarbeiter, GastarbeiterInnen geht mit der Fokussierung, der Integration. Das heißt, GastarbeiterInnen, auch Kinder später sollten in die Gesellschaft integriert werden und aus der Perspektive der Pädagogik gab es einen sogenannten defizitorientierten Blick. In den 1980er Jahren entstand aufgrund der Kritik an dieser sogenannten Ausländerpädagogik, die interkulturelle Pädagogik und die interkulturelle soziale Arbeit. Hier war die Fokussierung auf die Differenzen der Menschen, also die Unterschiedlichkeit im gewissen Sinn eben schon Diversity der Personen, mit denen wir in der sozialen Arbeit zu tun hatten. Und das war sozusagen nicht mehr defizitorientiert, sondern ressourcenorientiert. Ab den 2000er Jahre gab es die Fokussierung auf Inklusion und Partizipation. Also der Fokus Diversity in der sozialen Arbeit entstand auch im Sinne der Weiterentwicklung der interkulturellen sozialen Arbeit und der Fokus war nicht mehr defizitorientiert, zum Teil schon noch ressourcenorientiert, aber insgesamt könnte man sagen, vielleicht auch als einen Paradigmenwechsel, gesellschaftsorientiert. Die Bedeutung von Diversity aus diesen Grundlagen heraus in der sozialen Arbeit, zunächst der Begriff Diversity kann übersetzt werden mit Vielfalt, mit Heterogenität, mit Unterschiedlichkeit, von Menschen in Bezug auf verschiedenste Diversity-Kategorien. Das meint zum Beispiel in Bezug auf das Alter, auf Gender, Queer, Queer ist ein Begriff für Geschlechtervielfalt, in Bezug auf sexuelles Begehren, auf soziale Herkunft, Religion, regionale, geografische Herkunft, in Bezug auf Sprache, auf körperliche und psychische Verfasstheit und noch vieles mehr. Diversity gilt auch heute noch als Querschnittaufgabe der sozialen Arbeit und zwar in allen Arbeitsfeldern und in allen Praxisbereichen der sozialen Arbeit. Das heißt, wir können sagen, soziale Arbeit, die Angebote, die Maßnahmen, hat zu tun mit Kindern, mit Jugendlichen, mit älteren und alten Menschen, mit MigrantInnen, mit geflüchteten Menschen, mit Frauen, mit Männern, mit Transpersonen, mit queeren Personen, mit Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter und so fort. Diversity als Querschnittaufgabe meint also in der sozialen Arbeit den Umgang mit verschiedenen Menschen und die Berücksichtigung von Diversity auf der institutionellen Ebene. Doch ich finde, erst unter Einbezug von Theorien, von Konzepten und Methoden kommt es zu einer professionellen Berücksichtigung von Diversity. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir mit Kindern arbeiten, in einem anderen Kontext mit Jugendlichen oder mit alten, älteren Menschen, sondern dass wir tatsächlich Diversity-Theorien, Konzepte und Methoden, die ja existieren, auf die komme ich noch genauer, einbeziehen, damit wir von einer professionellen sozialen Arbeit im Hinblick auf den individuellen Umgang und den institutionellen Umgang mit Diversity sprechen können. Der individuelle Umgang meint die Berücksichtigung der Verschiedenheit, der Unterschiedlichkeit, der Diversität von den Menschen, mit denen wir arbeiten. Der institutionelle Umgang betrifft die Frage, wie wird denn Diversity in der Institution beim Träger umgesetzt. Betrifft also die Frage von Personalpolitik, von Leitbildern, von Antidiskriminierungsmaßnahmen und von Angeboten. Zu dieser Frage der Methoden komme ich noch bei der nächsten Vorlesung. Zurzeit werden verschiedene Begriffe im Kontext von Diversity in der sozialen Arbeit verwendet. Wir können über die Diversity-sensible soziale Arbeit lesen. Wir lesen in einigen Beiträgen über die Diversity-bewusste soziale Arbeit und wir lesen über die Diversity-gerechte soziale Arbeit. Ich komme auf diese Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten. Zunächst Diversity-sensibel. Das bedeutet, dass wir sensibel sind auf unterschiedliche Bedarfe von Menschen, mit denen wir arbeiten. Der Vorteil ist, dass wir darauf achten, was Jugendliche zum Beispiel mit Migrationsgeschichte brauchen. Der Nachteil kann sein, dass es um mögliche Festschreibungen geht, also um verallgemeinernde Vorstellungen. Zum Beispiel alle Jugendlichen, Jugendliche, die eine Migrationsgeschichte haben, brauchen dieses oder jenes. Das bedeutet, dass der Begriff Diversity-sensibel wird vor allem in Bezug auf den individuellen Umgang mit Menschen verwendet. Der zweite Begriff, Diversity-bewusst, das heißt, wir sind uns der Unterschiede bewusst. Die Vor- und Nachteile sind ähnlich wie bei dem Begriff Diversity-sensibel. Diversity-gerecht, das geht von einer Gerechtigkeitsvorstellung aus, die sich auch auf die strukturelle Ebene, also auf die Strukturebene bezieht und Unterschiede berücksichtigt. Also einerseits auf die individuelle Ebene im Sinne des Umgangs, andererseits aber auch auf die strukturelle Ebene. Der Vorteil, Differenzen von zum Beispiel Jugendlichen werden berücksichtigt, ohne sie zu verallgemeinern. Der Vorteil, sozialarbeiterische Einrichtungen werden oder sollen Diversity-gerecht gestaltet werden. Die Herausforderung für die soziale Arbeit, für Sie als Sozialarbeitende ist, dass wir mehr Diversity-Kompetenzen benötigen. Auch dazu komme ich in der nächsten Vorlesung. Wir hatten also jetzt Diversity-sensibel, Diversity-bewusst und Diversity-gerecht. Und ich möchte es nicht verhehlen, dass ich zu jenen gehöre, die am liebsten den Begriff Diversity-gerecht verwenden. Wir bleiben noch ein klein wenig bei den Begrifflichkeiten. Hier haben wir zwei Begriffe, die im Kontext dieses Themas sehr relevant sind. Das eine ist Doing Diversity, das andere ist Undoing Diversity. Doing Diversity meint, wir berücksichtigen Diversity, also die Diversität von Menschen, vermeiden aber Verallgemeinerung. Undoing Diversity bedeutet, dass wir keine Festschreibungen machen, dass die Diversitätskategorien gleichsam offen sind, dass wir sie in Schwebe halten. Undoing Diversity wird auch als eine politische Praxis oder politisch-strategische Praxis bezeichnet, um klassische Zuschreibungen, Festschreibungen sozusagen zu vermeiden oder auch aufzuheben, zu dekonstruieren. Wenn man sich ein Beispiel ansieht und hier geht es um die Analyse eines Beispieles und wir fragen uns, was wäre hier Doing Diversity, was wäre hier Undoing Diversity, dann wird das, was abstrakt sozusagen, was ich abstrakt dargestellt habe, vielleicht etwas noch deutlicher. Stellen wir uns H vor, ein Jugendlicher, der regelmäßig in einem Jugendclub ist. Er fällt immer wieder auf, weil er andere Jugendliche mit Du Schwuler oder Du Jude beschimpft. Sie sind Sozialarbeiter, SozialarbeiterInnen in einem Jugendclub. Jetzt können Sie versuchen, das zu analysieren, nämlich das Verhalten von H zu analysieren und sich zu überlegen, warum spricht er so. Die Frage, was wäre in Ihrer Analyse eine Verallgemeinerung? Was wäre in Ihrer Analyse Doing Diversity? Was wäre in Ihrer Analyse Undoing Diversity? Wir sehen uns das mal ein wenig an. Eine Verallgemeinerung wäre zum Beispiel auf der individuellen Ebene H spricht so, weil er jung ist. Das wäre eine Entschuldigung. Oder H spricht so, weil er Moslem ist. Das wäre eine Verallgemeinerung. Auf der institutionellen Ebene könnte man sagen, H spricht so, weil er diese Inhalte von seinen Eltern hat. Das wäre eine Verschiebung hin zu den Eltern. Auf der kulturellen Ebene könnten wir sagen, H spricht so, wenn alle Muslime sich so verhalten und so sprechen. Das wäre eine Stereotypisierung, das heißt eine negative Verallgemeinerung aller Menschen, die Muslime sind. Das heißt, wenn wir die Analyse dahingehend denken würden, dann sind wir nicht da, worum es tatsächlich geht. Doing und Undoing Diversity wäre zum Beispiel auf der individuellen Ebene H spricht so, weil er selbst Diskriminierung aufgrund seiner Religion erlebt, sich aber mit Antisemitismus und Homomiseoismus nicht auskennt. Homomiseoismus ist ein Begriff, der heißt Schwulen und Lesben, Feindlichkeit, Diskriminierung gegen Schwule und Lesben. Auf der institutionellen Ebene wäre Doing und Undoing Diversity zum Beispiel, H spricht so, weil er denkt, dass es im Jugendklub okay ist. Auf der kulturellen Ebene wäre es beispielsweise, H spricht so, weil er gesellschaftliche Stereotypen zu Antisemitismus und Homomiseoismus verinnerlicht hat. Wiederum, der Begriff Stereotypen meint, ist ein negativ besetzter Begriff und meint eine Verallgemeinerung eines Verhaltens von Personen oder Gruppen. Wir hatten uns jetzt verschiedene Begriffe uns angesehen. Diversity sensibel, Diversity bewusst, Diversity gerecht. Wir hatten uns überlegt, was könnte Doing Diversity sein, was könnte Undoing Diversity sein und kommen jetzt zu einer Differenzierung verschiedener Diversity-Konzepte, also theoretische konzeptionelle Grundlagen. Wenn man sich Publikationen im deutschsprachigen Raum ansieht, dann meine ich, dass wir drei verschiedene Diversity-Konzepte unterscheiden können. Das eine ist das Wirtschaftskonzept, Managing Diversity, das andere ist das Organisationsentwicklungskonzept Diversity und das dritte, was ich selbst mitentwickelt habe mit Lea-Carola-Tschollek, ist Social Justice und Diversity, also ein diskriminierungskritisches Diversity. Wir schauen uns die drei verschiedenen Konzepte ein wenig an. Das Wirtschaftskonzept Diversity Managing hat eine bestimmte Zielsetzung. Die Nutzung von sogenannten Humanressourcen, die Bindung von Arbeitskräften, die Nutzenoptimierung, die Absatzerschließung, die Profitorientierung und Profitmaximierung, die Erhöhung der Produktivität in der Wirtschaft, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Das hat Vorteile und das hat Nachteile oder vielleicht sogar Gefahren. Vorteile sind, dass Menschen im Kontext des Wirtschaftskonzeptes Chancen haben, zum Beispiel Arbeitsstellen zu erhalten, wo sie vorher keine Chance hatten, die sie vorher nicht innehatten. Die Gefahr kann sein, dass Menschen oder ist, die Gefahr ist, dass Menschen in Gruppen eingeteilt werden, denen bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden. Also ein Beispiel dafür, ich hatte einen Artikel gelesen, wo eine Fluggesellschaft es hervorgehoben hat, dass sie trans- und intergeschlechtliche Personen angestellt haben, weil diese vermeintlicherweise die Bedarfe, die Wünsche von allen Geschlechtern, also Männer wie Frauen, sehr, sehr gut kennen würden, weil sie ja sozusagen intergeschlechtlich sind. Das ist natürlich eine Verallgemeinerung im negativen Sinne. Wir schauen uns das Organisationsentwicklungskonzept Diversity an. Es hat eine bestimmte Zielsetzung, nämlich die Implementierung, die Realisierung von Diversity zugunsten der Pluralisierung von sozialen Institutionen und sozialarbeiterischen Einrichtungen. Das ist ein Modell, das hat Hubertus Schröer 2005 entwickelt und ist sehr wichtig für die soziale Arbeit, insbesondere wenn es darum geht, in einer sozialarbeiterischen Einrichtung oder Institution oder in einem Verein, in einem Projekt, Diversity zu berücksichtigen und de facto zu realisieren. Hubertus Schröer hat verschiedene Stufen beschrieben. Hier ganz kurz, dass es zunächst immer darum geht, eine Bestandsaufnahme zu machen. Dazu gibt es verschiedenste Methoden, zu denen ich im zweiten Teil dieser Vorlesung noch kommen werde, nämlich Bestandsaufnahme im Hinblick darauf, wo zeigt sich Diversity bereits in dieser sozialarbeiterischen Einrichtung, Einrichtung im Hinblick auf Personen, die hier arbeiten zum Beispiel oder im Hinblick auf Angebote, Maßnahmen, die wir für Menschen machen, mit denen wir arbeiten. Und wo fehlt noch etwas? Dann gibt es die Zielentwicklung, also was ist meine Zielsetzung in dieser Einrichtung, Wo will ich hin, inwiefern soll die Pluralität der Menschen in dieser Gesellschaft abgedeckt werden? Einerseits eben über Personen, die hier arbeiten oder eben andererseits über Maßnahmen, über Angebote. Dann kommt es zur Konkretisierung, nämlich Diversity als Gesamtkonzept, als Zusammenführung verschiedenster Handlungsansätze zu realisieren. Die verschiedenen Handlungsansätze meint zum Beispiel Antidiskriminierungsarbeit, Gender Mainstreaming, Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, also die Inklusionsbeauftragte, quasi zusammenzufassen und zu sagen, wie können wir gemeinsam vernetzt arbeiten, mit der Zielsetzung Diversity umzusetzen in unserer Einrichtung. Dann kommt es zur Strategieentwicklung, also welche Strategien habe ich, um das Ziel zu erreichen, zur Qualitätsentwicklung, zum Prozessmanagement und natürlich immer damit verknüpft zum Controlling, also quasi, wenn ich Steuerungsgruppen habe, die da mitmachen, auch das Controlling, das immer parallel mit einhergeht. Natürlich muss ich auch gesetzliche Rahmenbedingungen mit einbeziehen, zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ja ein Antidiskriminierungsgesetz ist, ein Schutzgesetz für Menschen, die von Diskriminierung im Arbeitskontext zum Beispiel betroffen sind. Das AGG hat sehr viele Paragraphen drin, die sehr wichtig auch für die soziale Arbeit sind. Gleichzeitig gibt es auch Kritik am AGG, dass zum Beispiel personenbezogene oder dass zum Beispiel bestimmte Diversity-Kategorien nicht benannt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Diskriminierung erfahre aufgrund meiner sozialen Herkunft, dann kann ich über das AGG nicht klagen, weil diese Form sozusagen im AGG nicht aufgenommen wurde. Das heißt, über das AGG kann ich dann klagen, wenn ich diskriminiert werde aufgrund bestimmter personenbezogener Merkmale. Manche sind drin wie Gender, manche sind nicht drin wie zum Beispiel soziale Herkunft. Das dritte Konzept nennt sich Social Justice und Diversity. Sie sehen hier auch das Cover eines sehr neuen Buches, Praxishandbuch Social Justice und Diversity, Theorien, Training, Methoden, Übungen. Das ist ein Konzept, das ich selbst mitentwickelt habe. Dieses Buch ganz neu geschrieben, mit ganz neuen Inhalten und 2019 herausgekommen. Der Ausgangspunkt dieses Diversity-Konzeptes ist die Analyse und die kritische Infragestellung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, in die strukturelle Diskriminierung eingebettet ist. Die Intention, also Zielsetzung, ist die Veränderung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen hin zu etwas, was wir in dem Buch Radical Diversity nennen, nämlich eine konkrete Gesellschafts-Utopie zugunsten von Social Justice. Und ich komme gleich darauf, was Social Justice bedeutet. Es gibt ganz zentral in diesem Konzept die Handlungsoptionen, nämlich das diskriminierungskritische Diversity und Strategien, die gegen jede Form von struktureller Diskriminierung zentral sind. Social Justice bedeutet Verteilungsgerechtigkeit, Verwirklichungs- und Befähigungsgerechtigkeit und Anerkennungsgerechtigkeit. Also drei, vier verschiedene Richtungen, die immer gemeinsam und gleichzeitig gedacht werden. Verteilungsgerechtigkeit meint die Umverteilung, die Gleichverteilung für alle, ungeachtet von Diversitätskategorien und ungeachtet der vermeintlichen Nützlichkeit und ungeachtet der Leistung von Menschen. Also das heißt, keine Bindung daran, dass ich sage, erst dann gibt es eine Verteilungsgerechtigkeit auch für jene Personen, die etwas Bestimmtes erfüllen, sondern das ist bedingungslos. Die Anerkennungsgerechtigkeit bedeutet die Teilhabe und die Partizipationsmöglichkeit, nämlich im Bereich von Bildung, von Kunst, von Kultur, ganz zentral vom Gesundheitswesen, also quasi in allen gesellschaftlichen Feldern, in denen sich ja nach diesem Konzept die Pluralität von Menschen widerspiegeln soll. Der Unterschied zwischen Teilhabe und Partizipation ist jener, dass ich bei der Teilhabe sage, Menschen können an etwas teilhaben, also mitmachen, und Partizipation bedeutet, Menschen können etwas mitgestalten. Die Verwirklichungs- und Befähigungsgerechtigkeit zeigt einen Perspektivenwechsel an, nämlich dass Institutionen etwas zur Verfügung stellen und Menschen zur Partizipation befähigen. Das bedeutet für die soziale Arbeit zum Beispiel, wenn man einen Bereich herausgreift, zum Beispiel den Jugendclubs, dass Jugendlichen quasi Computer, Laptops, Internetzugang zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich beteiligen können, partizipieren können, aber dass das nicht ausreicht, dass wir auch Jugendliche befähigen müssen, zum Beispiel zum kritischen Gebrauch dieses Internets. Das diskriminierungskritische Diversity beschreibt eine Perspektive, die das Augenmerk auf die gesellschaftlichen Realitäten struktureller Diskriminierung lenkt. Strukturelle Diskriminierung wird definiert, nämlich als individuelle, institutionelle und kulturelle Diskriminierungspraxen, also eine Ineinanderverwobenheit dieser drei Ebenen. Es beschreibt auch eine aktive Intervention, also ein politisches Handeln, gegen strukturelle Diskriminierung. In Bezug, wenn man ein Beispiel herausgreift, auf geflüchtete Menschen, bedeutet das für uns in der sozialen Arbeit etwa zu fragen, inwiefern sind geflüchtete Menschen von struktureller Diskriminierung getroffen? Stichwort Rassismus. Inwiefern bergen Gesetzesgrundlagen, Diskriminierungspraxen? Das auch müssen wir in der sozialen Arbeit überlegen. Wie sieht es mit Partizipationsmöglichkeiten von geflüchteten Menschen aus? Wo können sie tatsächlich mitgestalten? Diversity in dem Kontext des Konzeptes Social Justice und Diversity, also ein diskriminierungskritisches Diversity, bedeutet, und das ist ganz, ganz sehr wichtig und zentral, bedeutet nicht die Vielfalt, die mich bereichert. Das ist manchmal zwar sehr schön, aber um mich geht es in diesem Konzept nicht. Diversity steht vielmehr in Verbindung mit struktureller Diskriminierung. Das heißt, aufgrund bestimmter Diversitätskategorien sind Menschen diskriminiert oder privilegiert. Man kann natürlich in einer Person beides sein. Ich kann im Hinblick auf eine bestimmte Diskriminierungsform, Diskriminierung erleben und im Hinblick auf bestimmte Aspekte sozusagen Privilegien haben. Die Intention dieses Konzeptes ist die Anerkennung der Vielfalt und der radikalen Verschiedenheit, also Diversity von Menschen. Das heißt, Sie sehen, dass wir hier Diversity als radikale Verschiedenheit bezeichnen. Das meint nicht nur, wir sind unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Haarfarben haben oder Kleidung tragen oder unterschiedlich schnell lesen oder wie immer auch, sondern Diversity bezieht sich in diesem Konzept immer auf Fragen der Diskriminierung, der strukturellen Diskriminierung. Wir schauen uns die Diversity-Kategorien ein klein wenig an. Wir haben zum Beispiel Alter, wir haben soziale Herkunft, Beeinträchtigung, Aussehen, Geschlecht, Gender, Queer. Wir haben Aussehen, Sprache, Namen. Wir haben Religion. Wir haben Juden, Jüdinnen, Rom, Sinti, Sinti, Roma. Wir haben die Kategorie Säkularität oder Konventionsfreiheit und sicherlich noch weitere. Wenn man sich das mit Diskriminierung in Verbindung denkt, dann ergibt es ein sehr mächtiges Bild, nämlich, dass die Diversitätskategorien immer verbunden sind mit einer Diskriminierungsform. Ich greife hier ein, zwei Beispiele heraus. Zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Alter habe, erlebe ich Altersdiskriminierung, wobei man hier unterscheidet zwischen Ägismus, also Altersdiskriminierung im Hinblick auf ein hohes oder höheres Alter und Adultismus, Diskriminierung von Kindern, von Jugendlichen aufgrund des Alters. Wir haben, was für die soziale Arbeit sehr relevant, ebenso sehr relevant ist, die soziale Herkunft, die wiederum korrespondiert mit Klassismus. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel aus einer armen Familie kommen, erleben Klassismus in dieser Gesellschaft, erleben soziale Ausgrenzung, Benachteiligung und so weiter. Wir haben die Diversity-Kategorie Beeinträchtigung und die dazugehörige Diskriminierungsform, die sich Ebleismus nennt, also Diskriminierung von Menschen aufgrund von Beeinträchtigungen, was auch strukturell insofern relevant ist, als Menschen zum Beispiel behindert werden. Stichwort barrierefreie Gesellschaft. Ich greife vielleicht noch zwei heraus. Wir haben Rassismus, also Rassismus nochmal unterteilt in Migratismus und Antimuslimismus aufgrund eines bestimmten Aussehens, Sprache, Name, also die Diversity-Kategorien, Rassismus gegen schwarze Menschen, Migratismus als Diskriminierungsform gegen Migrantinnen und Migranten, Antimuslimismus als Diskriminierungsform gegen muslimische Menschen. Wir haben Religion oder auch ungeachtete Religion, Juden und Jüdinnen und eine Diskriminierungsform Antisemitismus, die zurzeit wie andere Diskriminierungsformen auch wieder sehr vehement in dieser Gesellschaft ist. Ich lasse es mal bei diesen Beispielen. Sie können sich die Grafik noch genauer ansehen, dass es weitere Diskriminierungsformen auch ist. Die genauere Betrachtung, die Vertiefung machen wir immer wieder nach der Grundlagenvorlesung in verschiedensten Seminaren, die ich anbiete. Da lade ich Sie sehr gerne dazu ein. Die Diskriminierung oder der Begriff Diskriminierung ist nicht beliebig. Strukturelle Diskriminierung basiert immer auf folgende Charakteristika. Der Anwendung von Gewalt, der Erzeugung von Machtlosigkeit, der Durchsetzung hegemonialer Kulturvorstellungen, Praxen von Ausbeutung und Marginalisierung und Prozessen der Exklusion. Das meint im Klartext, wenn Sie mich beschimpfen zum Beispiel, da kann ich verletzt sein, da kann ich zornig und verärgert sein. Es muss aber nicht per se schon Diskriminierung sein. Das heißt, es ist ganz wichtig, damit dieser Begriff Diskriminierung nicht beliebig verwendet wird, dass Diskriminierung wirklich immer auch zu tun hat mit Gewalt, mit Machtlosigkeit, mit Ausbeutung, mit Marginalisierung und eben auch mit Exklusion. Strukturelle Diskriminierung basiert auf verschiedenen Mechanismen und Prozesse. Ich nenne das Othering, das sogenannte Othering. Das heißt, ein Prozess, ein Mechanismus, bei dem Menschen über Stereotypisierungen zu anderen im negativen Sinne gemacht werden. Also gleichsam als Projektionsfläche vorgestellt, imaginiert werden und dadurch auch entsubjektiviert werden. Zum Beispiel Migranten, Migrantinnen, zum Beispiel Juden und Jüdinnen und so weiter, die als die anderen bezeichnet werden im negativen Sinne. Strukturelle Diskriminierung basiert auf bestimmte Denkschemata und Vorstellungen, die sich nicht zuletzt aus historisch überlieferten Homogenitätsfantasien speisen. Das heißt, hinter diesem Prozess des Othering liegen auch bestimmte Denkschemata, die sehr polarisierend sind. Also wir denken in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß, in Richtig und Falsch, in einem Wir und die Anderen. Das sind polarisierende Denkschemata, die eine normative Logik darstellen. In der Philosophie wird das normative Logik genannt und die sozusagen in einer aristotelischen Tradition stehen. Strukturelle Diskriminierung ist Bestandteil des Macht- und Herrschaftsverhältnisses. Macht- und Herrschaftsverhältnisse meint, dass strukturelle Diskriminierung auf einem Zusammenspiel von individueller Machtausübung und institutionalisierter Herrschaft beruht, die sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern zu instituierten Strukturen verfestigen können. Das heißt, strukturelle Diskriminierung, also jene Diskriminierung mit verschiedenen Diskriminierungsformen, die Menschen erleben, ist auch eingebettet in ein Macht- und Herrschaftsverhältnis, das unsere Gesellschaft auch ausmacht. Ganz wichtig in dem Konzept Social Justice und Diversity ist der Begriff der systemischen Intersektionalität. Das heißt, Diskriminierungsformen haben ihre je eigene Geschichte, ihre je eigene Erscheinungsweise, gleichzeitig wirken sie zusammen und sind ineinander und miteinander verwohlen. Das nennt man systemische Intersektionalität. Die systemische Intersektionalität bedeutet also, dass sich innerhalb der verschiedenen Diskriminierungsformen und auch zwischen ihnen ähnliche Mechanismen und Prozesse aufzeigen lassen. Das Othering, also das zum Anderen im negativen Sinne gemacht werden, zeigt sich bei Antisemitismus, zeigt sich bei Rassismus, zeigt sich bei Klassismus, also ähnliche Mechanismen bei den verschiedenen Diskriminierungsformen. Die systemische Intersektionalität bedeutet auch, dass Diskriminierungsformen sich gegenseitig stabilisieren und verhärten, verfestigen. Deswegen sprechen wir im Kontext der systemischen Intersektionalität auch von einer Diskriminierungsmatrix. Diese Folie soll das ein bisschen verdeutlichen, wo Sie sich vorstellen können, eine Matrix ist gleichsam wie eine Grundlage innerhalb einer Gesellschaft, wo es verschiedene Diskriminierungsformen gibt. Sie sehen hier so die gelben Kügelchen, wo es Antisemitismus gibt, Sexismus gibt, Rassismus gibt und so weiter, die sich jeweils als Diskriminierungsformen mit den Charakteristika verbinden, nämlich Ausbeutung, Gewalt, Machtlosigkeit und so weiter, und die immer korrespondieren mit den einzelnen Diversity-Kategorien. Es ist wie ein Netz, das darüber gespannt ist auf dieser Folie. Das bedeutet, die Diskriminierungsmatrix wirkt bis in die Gegenwart hinein. Man kann Diskriminierungsformen sehr leicht reproduzieren, die es historisch gesehen gegeben hat. Und gleichzeitig ist die Matrix sehr verschwommen, es ist nicht alles sichtbar. In Bezug auf die Intersektionalität weise ich auf eine visuelle Anschauung hin. Es gibt einen ganz kleinen Videoclip, eine visuelle Anschauung zu dem, was bedeutet Intersektionalität in Bezug auf Diversity. Das können Sie sich gerne zu Hause ansehen. Social Justice und Diversity, also dieses dritte Konzept, diskriminierungskritische Diversity im Kontext von Social Justice und Diversity, hat ein Für und ein Gegen. Also es spricht sich für inklusive und partizipative Praxen aus, ganz relevant in der sozialen Arbeit. Es spricht sich dafür aus, dass wir unsere jeweilige radikale Verschiedenheit, also Diversity, und Gleichheit im Blick haben und zulassen. Es spricht sich für ein Verbündetsein aus, das ist eine spezifische Form der Solidarität, als eine Art der politischen Freundschaft, bei der die Anliegen der anderen zu den je eigenen Anliegen werden. Das ist ein Konzept, das haben wir nochmal extra in einem Artikel beschrieben, findet sich aber auch in dem angegebenen Buch. Und das ist ein Konzept für die soziale Arbeit, das sehr, sehr relevant ist, nämlich ein Konzept, wo ich sage, ich bin verbündet mit Klienten, Klientinnen, mit Menschen, mit denen wir arbeiten, ohne dass ich deren Diversity-Kategorien teilen muss. Ich muss nicht die gleichen Erfahrungen machen, ich muss nicht die gleiche Geschichte haben, sondern explizit setze ich mich für diese Personen ein. Ich hatte gesagt, Verbündetsein ist ein spezifisches Solidaritätskonzept und genau das meint es, denn die herkömmlichen, die klassischen Solidaritätskonzepte meinen oder sind gebunden an gleiche Diversity-Kategorien. Man kennt das historisch, man kennt das auch gegenwärtig, also zum Beispiel wir Frauen sind mit uns als Frauen verbündet oder wir Gruppe X sind verbündet, weil wir alle das Merkmal X haben. Das Verbündetsein hebt das auf und sagt, wir brauchen nicht die gleichen Merkmale, im Gegenteil, wir haben einen Blick, zum Beispiel von der sozialen Arbeit ausgehend, auf jene, die von Diskriminierung getroffen sind. Das Konzept Social Justice und Diversity hat auch ein Gegen, ein Dagegensein und zwar gegen jede Form von Diskriminierung, wobei Diskriminierungsformen nicht hierarchisiert werden. Das heißt, wir sagen nicht, Rassismus ist furchtbarer als Sexismus oder als Antisemitismus, sondern wir sagen, jede Diskriminierungsform ist furchtbar für Menschen, die sie erleben und furchtbar für eine Gesellschaft, die das zulässt. Also gegen jede Form von Diskriminierung und diskriminierenden Praxen und dieses Konzept spricht sich gegen jede Form von Extremismen aus. Also auch Ideologien, die Extremismus verbreiten. Der Rahmen, in dem das Konzept sich bewegt, was ja ein großes Plädoyer auch für die Pluralität macht, ist der Referenzrahmen, nämlich immer Gewaltfreiheit und die UN-Menschenrechtscharta. Das ist ganz zentral. Ansonsten würden wir über Verschiedenheit von Menschen und Pluralität von Menschen sprechen. Hätten wir diesen Referenzrahmen nicht, dann wäre es etwas Beliebiges und darum ist es ganz wichtig zu betonen, dieses Konzept ist immer bezogen auf den Referenzrahmen der Gewaltfreiheit und der UN-Menschenrechtscharta. Wenn Sie mögen, können Sie zu diesem Konzept einen Videoclip ansehen. Das ist etwas länger. Es dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Das ist eine Wissenschafts-Performance zum Thema Social Justice und Radical Diversity, die ich mit meiner Kollegin Lea-Carola Czollek gemeinsam an der Universität Klagenfurt durchgeführt habe, vor einigen Studierenden oder recht vielen Studierenden. Eine Wissenschafts-Performance meint, dass es auch etwas dynamischer zugeht, vielleicht auch humorvoller, als in einem klassischen wissenschaftlichen Vortrag. Sie dürfen also auch zum Teil schmunzeln und es genießen. Und in diesem Videoclip ist auch eine zehnminütige Gruppenarbeit in dem Film drin. Da können Sie einfach weiterspulen. Also wenn Sie mögen, Einführung in Social Justice und Radical Diversity als ein drittes Konzept im Kontext der verschiedenen Konzepte, verschiedenen Diversity-Konzepten im deutschsprachigen Raum. Ich komme jetzt zu einem letzten Punkt, nämlich die diskriminierungskritische soziale Arbeit. Auch hier sehen Sie ein Cover, Philosophie in der sozialen Arbeit. Da drin ist ein Artikel, wo ich die diskriminierungskritische soziale Arbeit als ein Konzept etabliert habe und beschreibe. Es gibt zwei Momente, worauf dieses Konzept basiert. Das erste Moment ist der internationale Ethikkodex, also der Auftrag des internationalen Ethikkodex. Wir hatten in der vorherigen Vorlesung zu Perspektiven der Ethik ja den internationalen Ethikkodex besprochen. Darauf rekurriert dieses Konzept der diskriminierungskritischen sozialen Arbeit und es rekurriert oder kommt eigentlich aus dem Konzept Social Justice und Diversity. Ich bespreche es ganz kurz, was die diskriminierungskritische soziale Arbeit meint, nimmt also die Prämissen des Ethikkodex der sozialen Arbeit auf, wendet sich gegen jede Form von struktureller Diskriminierung zugunsten von partizipativen und inklusiven Praxen, hat einen diskriminierungskritischen Blick in Bezug auf den individuellen und den institutionellen Umgang zum Beispiel mit geflüchteten Menschen oder anderen Menschen, mit denen wir in der sozialen Arbeit arbeiten, geht Bündnisse mit jenen ein, die sich gegen menschenverachtende Haltungen, Gesetze und Handlungen wendet, ist Verbündete für zum Beispiel geflüchtete Menschen oder andere Menschen, mit denen wir arbeiten, ungeachtet ihrer vermeintlichen Nützlichkeit oder Leistung. Ein Beispiel, wenn ich bei dem Thema geflüchtete Menschen und soziale Arbeit bleibe, bei der Abschiebung, dass auch die soziale Arbeit einen Protest gegen Abschiebung zum Beispiel organisieren könnte, das ist ein Rat des Flüchtlingsrats Berlin von 2017, oder die Provision soziale Arbeit hat sich aufgrund ihrer ethischen Haltung nicht an Abschiebungen zu beteiligen. Das ist eine Aussage des Bundesvorsitzenden des DBSH, Michael Leinenbach. Das heißt, das Konzept der diskriminierungskritischen sozialen Arbeit mit diesen Beispielen wäre eben ein diskriminierungskritischen Blick zu haben und gleichzeitig zu überlegen, wie können wir politisch handeln, wie können wir möglicherweise auch etwas verändern oder zumindest versuchen, etwas zu verändern. Die diskriminierungskritische soziale Arbeit kann ihre Haltung und ihr Handeln theoretisch fundieren. Einerseits mit Theorien des Konzeptes Social Justice und Diversity, andererseits mit dem internationalen Ethikkodex der sozialen Arbeit und die diskriminierungskritische soziale Arbeit versteht sich auch als politische Akteurin. Also das heißt, dass wir in der sozialen Arbeit nicht nur Dienstleistungen für Menschen machen oder Dienstleistungen für Menschen machen, sondern im Sinne und mit Blick auf Diversity, auf die Diversität von Menschen, die aufgrund bestimmter Diversity-Kategorien von Diskriminierung getroffen sind, in diesem Sinne auch politisch tätig zu werden. Die diskriminierungskritische soziale Arbeit beansprucht für sich Mündigkeit, Kritik und widerständiges Handeln. Das heißt, wir handeln auch widerständig, wir reflektieren Gegebenheiten auch kritisch und Mündigkeit meint natürlich auch, dass wir sozusagen selbst jeweils in dieser oder in der sozialen Arbeit überlegen, wie können wir selber denken, wie können wir sozusagen auch etwas kritisch reflektieren. Vielleicht hier ein Zitat zum Thema Mündigkeit von Adorno, Erziehung zur Mündigkeit. Mündig ist der, der für sich selbst spricht, weil er für sich selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet. Das erweist sich aber an der Kraft zum Widerstand gegen vorgegebene Meinungen und in eins damit auch gegen nun einmal vorhandene Institutionen, gegen alles bloß Gesetzte, das mit seinem Dasein sich rechtfertigt. Solcher Widerstand ist eins mit Kritik, deren Begriff ja vom griechischen, also altgriechischen, Krino-Entscheiden herrührt. Das hat Adorno geschrieben, 1971 ist sein Buch erschienen und ich finde, das ist nach wie vor für die soziale Arbeit sehr relevant, nämlich selbstkritisch zu sein einerseits, aber auch kritisch zu sein der Gesellschaft gegenüber, bestimmten Belangen, bestimmten Gegebenheiten gegenüber, um aus der Perspektive der diskriminierungskritischen sozialen Arbeit noch mal zu überlegen, wie können wir handeln. Ich weiß, es kommt an dieser Stelle immer wieder der Einwand, wir haben so viel zu tun in der Praxis, wir können gar nicht versuchen, etwas zu verändern und wir können schon gar nicht die gesamte Welt oder Gesellschaft verändern und da kann ich nur sagen, ja, Sie haben recht, aber was wir können ist, in allen verschiedenen Arbeitsbereichen, in denen wir sind, Handlungsoptionen auszuloten, zu überlegen, wo können wir, wie agieren, zugunsten der Diversität von Menschen, zugunsten der Menschen, mit denen wir arbeiten. Ja, ich mache hier mal Schluss, Sie wissen, es kommt wieder die Reflexion des Gehörten, überlegen Sie sich in Ruhe zu Hause oder auch in Kleingruppen, welche unterschiedlichen Diversity-Konzepte es gibt und was zentral ist, auch im Sinne der Mündigkeit, argumentieren Sie, welche Sie in welchem Arbeitsbereich der sozialen Arbeit anwenden würden. Oder beschreiben Sie, worum es in einer diskriminierungskritischen sozialen Arbeit geht, worauf sie abzielt, worauf sie wie zurückgreift. Und auch da wieder Ihre Argumentation, sehr zentral, inwiefern das Konzept der diskriminierungskritischen sozialen Arbeit für AdressatInnen der sozialen Arbeit relevant ist. Also nochmal eine Reflexion dessen, was Sie jetzt gehört haben und der Versuch, es quasi kritisch auch nochmal zu argumentieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie bei jeder PowerPoint-Folie finden Sie selbstverständlich auch hier verschiedenste Literatur, hier gegliedert zwischen Diversity in Unternehmen der Wirtschaft, Diversity als Organisationsentwicklungsmodell, Diversity bewusste soziale Arbeit und Social Justice und Diversity, also eine diskriminierungskritische soziale Arbeit und dann auch noch Social Justice Theorien. Auch zur Intersektionalität finden Sie hier Literatur zur interkulturellen Pädagogik und sozialen Arbeit, also auch zum historischen Teil, finden Sie hier Folien. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und freue mich auf unsere nächste Folgestung.